Was ist die EU, die EU ist sehr, sehr wichtig, um gegen den Klimawandel vorzugehen, weil ein Mitgliedstaat alleine findet weder Gehör auf internationalen Konferenzen, noch können wir genügend einbringen an Emissionsreduktion, an Tonnen CO2. Aber wenn wir es zusammentun, dann können wir eine Menge schaffen. Und das ist dann auch ein großer Vorteil für die Wirtschaft, denn wenn wir in der EU gemeinsame Regeln haben, die in die gleiche Richtung zielen, dann wird das Ganze auch günstiger. Deswegen muss Klimaschutz eine Priorität der Europäischen Union sein.